Das hättet ihr mal grad sehen müssen, Alter. So geil. Sollen wir jetzt überhaupt noch irgendwas anfangen? Wieso? Wir haben doch noch Zeit. 20 Minuten. Okay, wir können doch aufrunden. Mir ist egal. Ich weiß ja nicht, wie lange die Mission dauert, ne? Ich auch nicht. Wir können auch Feierabend machen. Wie haben wir denn überhaupt noch jetzt an Vorbereitungen nur so nebenbei? Keine Ahnung. BW? Wie viele Vorbereitungen haben wir noch bis zur großen Mission? Keine Ahnung. Du Arschloch hast mich umgebracht. Wie lange hast du die Hauptmission? Ja, diese Ruhrubrik. Weißt du, wie lange die dauert? Wie lange die dauert ungefähr? Nö. Ja komm, dann machen wir die noch. Dann ziehen wir das jetzt in einem Rutsch durch. Dann ist gut. Wenn ich lebend hinkomme und diese rohmkummigen Ruhe, das ist alles nur noch. Ich glaub nicht, du bist ein Anführer von vier Leuten. Der will's wissen. Der will's wissen. Der will's wissen. Der hab ich mir ab, der will's wissen. Wir sind die Gangbang-Organisation. Eine Frau, die drei Männer anführt. Ich hab mal selten auf ihn angesetzt. Äh, das noch nicht zu spielen. Ich drück's schon auf meine Dars- Dars-Pidale, ja genau. Dars-Pidale. Das neueste Wort, merk ruhig das. Was? Dars-Pidale. Ich drück's schon auf meine Dars- Dars-Pidale. Dars-Pidale. Um sich da anzau- Dars-Pidale, lass mich in Ruhe. Du sollst mich in Ruhe, dass du sauer hab ich gesagt. Dars-Pidale. Meine Güte, ey, such den Hobby. Der Hobbyloser. Dars-Pidale. 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 Meine Fresse, zufrieden... Jetzt wird dieser Freddy auch noch an, er ist aber... Gedankeschön, hier bin ich direkt um die Ecke! Gedankeschön, Freddy! Lass mich lang, da sind irre draußen! Wie kann ich denn unter dem Typen sein? Das geht ja gar nicht! Mit was schießt der denn da rum? Alter, mir gehen hier gerade welche auf den Sack, so viel zum Thema, hier ist es friedlich! Ja, das ist der gleiche Typ, der mich kein Aufkommen gemacht hat! Denk dann immer irgendwann an! Wenn sie Langeweile haben! Oder irgendein Typ kommt, die immer abrattet! Der Bank überfolgt! Der Bank überfolgt! Hä, gib mir noch vier Minuten! Ah, er steht! Ah, ich bin eh nicht in Führung! Schade! Ich hab extra bei Panther gerufen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! ich habe auf die nachricht gewartet ok zum einen einladen Vielen Dank. So, dann auf. Auf, auf und davon. Vor wem? Vor dir ja. Jetzt werden alle gerne in die Playstation stürzen ab. Das habe ich zur Zeit sehr oft mit GTA. Das Spiel abstürzt und dann steht da viele Prozesse an. Ich sehe nur ein Auto. Ja, sie fährt hinten. Ach, ich fährt hinten. Ähm. All right, here we go. Let's get this crime-spree started. Pick your first target and start driving. Ich habe auch die. Ich habe schon mal hier bin. Okay, ich nehme A. Wir müssen uns alle auf da. Ja, ich bin auch nicht. Wir müssen die Autos benutzen, ich glaube nicht. Nein, ich kann das Auto auch nicht wegziehen. Aber eh war das du, ne? Ne, mir einfach mal eine Idee. Auflegen, leg einfach auf. Ah, witzig. Das ist kein ewiges Punkt. Ich verspille. So, Frank, die ist leer. Ich stehe da. Ich kann ein. Ja, Valkan. Ja, Valkan. Ich fahr mal zu A. Ne, C ist leer. Ich fahr schnell zu C. Kevin ist bei B. Ich bin bei B, ja. Aha, B oder C. Wir haben noch 10 Sekunden, bevor wir besucht sind. Normal. Ich habe eh nicht, aber gut. Ach, du Scheiße. Direkt eine Straßensperre vor mir. Hui. Alter, mach dich weg mit deiner Schrottkarre, du Klumpen. Wichtig. Bank B ist weg. Diese thermischen Ladungen dauern aber auch echt lange, ey. Ja, ja. Wir haben extrem secondes. Das ist was. Das ist das, was ich hier mit dem Rack. Wir haben jetzt. Oh. 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 ich war gerade kurz vorm sterben alter und bin noch weg geworden bin und noch zwei banken ja ja ich bin keine meiner deswegen öffnet sich gerade offen fehlt noch bei woher von war ok gut du schweißer sollten eine bank ausrauben und nicht auch im Karriere mit noch mit dem Wurzeln er trauen Joachim Lennon und sie hat so wichtig also sind danach quasi alle Werbung Banken ausgeraubt und da müssen wir nur noch entkommen wahrscheinlich Ja, ich stehe halt wieder in meinem Tunnel unten. Ich hocke meiner Bank fest. Wieso hängst du da fest? Ja, weil die Position so dumm ist, dass hier so viele Polizisten davor stehen. Verwangen wir sie? Ich bin fast tot. Ah, das ist grüne Leine. Ah, du Scheiße. Snacks. Ja, komm hier, trink mal ein bisschen Pisswasser. Ich meine, die kommen ja nicht rein, da ist alles gut, aber... Ich bin fast tot, aber... Ich bin fast da. Ich bin fast da. Oh fuck, Ruderbereich. Ich kann da was ich machen soll. Ich komm nicht holen. Alter, er fummelten da so an seinem Herz her drum. Schnell rein, Junge. Oh, ich hab minimal einschleifen. Nicht nur du, nicht nur du. Ich bin schon mal mehr Snacks. Das ist richtig, Alter. Alles ausgebrochen. Woh! Das nervt, Alter. Das ist richtig. Ah, jetzt. Okay, mein Leben ist wieder voll. Aber ich hab keine Panzerung. Das ist leer. Das ist richtig. Ja, aber wenn du da gut fährst, dann kriegen die uns nicht. Die fliegen relativ dumm. Hey, Babe. Zudem ist in ihr Sichtfeld kleiner. Das ist gut. Ich hab so. Guck mal, Woh- Study deh ich neu, Sie leer. Die Michael mit ihm oder ihres상merklichen Trotz stranglocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklocklock créer Paris Das 5ème ist. ach so ja wenn du die kopf weg hast du bleib doch mal ruhig und fahr langsam mensch also das dauert ich hab drei tünen verloren was ist marcus kein und er hat nur nur ein paar fenster voll das ist ein kleiner moment ich muss das auto wechseln die sich immer so spät entscheidend zum abbiegen hatte er ist nervig naja schafft man doch pünktlich um zwei warum hast du nur eine papiertüte auf ja ich hatte hunger sorry ich muss mich jetzt noch stärker fahrer du klaust ne autobest du kopf an die wacke ja ist doch klar wenn du autobest du kopf an die wacke es war nie und immer so ach das ist auch neue wenn du jetzt ein auto klaus kriegst du stecken die dir ja wie heißt kopfgeld an die das gab schon immer ja weil das ist jetzt echt heftig das dauert also ich bin nämlich doch in der stadt kein motor vibriert das war nicht sehr klar ich habe dieses schafften verstanden meine mutter vibriert dein motor ich habe meine mutter vibriert ich habe das wiederholt so sieht das aus wenn man über keine ahnung wie viele berge fliegt und ganz zuletzt die polizei weg hat über den berg fliegt und darauf mal auf dem baum einen ratschlag macht und dann noch ausgedrückt so sieht das aus wenn die one panik schiebt aber noch lebt ankommt mein gott stehen wir doch nicht im weg wir haben sie geduld sie werden verbunden wo fährst denn du lange ich fahr unten durch die stadt habe gerade gesagt ich bin der zweite ich war da der wieder in dem tunnel drin ja das ist einfach nur gerade vor mich stellt da gehen wir nicht auf den sacken du hättest einfach nur geradeaus fahren müssen und dann rechts den großen dings dann lang die berge hoch dann hast du fast darauf zu bekommen ich muss jetzt mal in der stadt liegen kopflos werden die ging mir ich habe noch drei kilometer oder so aber wenn die ganze zeit die kai vor die kare fliegt oh ja 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 Das ist ein Tritt. Ich muss mal kurz aussteigen, Alter, bei dem Outfit von Yvonne, da muss man erstmal kurz hören. Wie viel Hacken, Alter. Das muss man ganz schnell in die Ego-Perspektive gehen. So, jetzt bin ich genau auf der richtigen Höhe. Ich weiß nicht, dass du auf der richtigen Höhe bist. Das ist ihr Buch. Bei mir in der Ego-Perspektive bin ich jetzt gerade auf andere Höhe. Okay. Eigentlich muss sie doch auf der richtigen Höhe sein. Ich komme. Wahrscheinlich reicht. Nein. Fertig. Die Papiertöte. Jetzt denkt sich bestimmt, Alter. Der hat das gemacht. So, andere Trottel haben sie nicht gefunden, oder? Ich mache schon mal das Film aus. Ja. Stream. Aber da haben wir es doch heute genau geschafft. Geschafft. Dafür nur 50.000, weißt du? Ja. So, dann haben wir es. Ich glaube, danach geht es dann wieder mal mit Minecraft weiter. Mal gucken, wann es dann wieder in GTA weiter geht. Können ja abwechseln. Yo. So, bis jetzt. 1985-Bottel. Aber da haben wir es wieder mal mit, was ich meine Nähe ist. Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich hab ihn ja nicht. Ja nicht景isch.